Hello Friends und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hier haben wir Matthias, Hai und Dex. Die kennt ihr ja schon alle. Ich verlinke sie euch aber auch nochmal in der Infobox. Und wir erraten heute Preise von Make-up. Ich habe das Format schon ganz oft auf YouTube gesehen und ich wollte es einfach mal selbst machen. Ich bin gespannt, wie die drei sich schlagen. Ich habe gar keine Ahnung von Make-up. Prediction Hai gewinnt. Haha! Prediction Mati gewinnt. Auf der anderen Seite stimmt, ich habe einiges auch schon gekauft für Nessie. Ich habe nichts gekauft. So ein bisschen die Preise. Du hast was gekauft, finde ich. Ja, sowas wie Schatz. Kannst du Mascara mitbringen? Ich bin in Spanien und hier gibt es diesen Mascara nicht. So, da habe ich ihn dir mitgebracht, deswegen weiß ich so. Plot Twist, Dennis gewinnt. Okay, also ich habe günstige und auch teure Produkte, deshalb wird es mal ganz los hier gleich. Okay, ich mache mir den ersten an. Das ist diese Palette hier und ich würde sagen, ich gebe sie erst mit dir. Okay. Also, das ist von Essence. Essence weiß ich schon mal, das ist jetzt nicht so das Gucci unter dem Make-up, aber das ist jetzt auch nicht C und A vom Make-up. Okay, da bin ich, das sieht schon mal gut aus. Lidschatten, da ist ein Spiegel drin, das müsst ihr auch bei A denken. Du sagst den Preis, du sagst den Preis und du sagst den Preis. Ist das aus Spanien? Äh, nein. Ne? Ist aus Deutschland. Also, ich würde sagen, das kostet 40 Euro. Und du? Hi. Maximal 19 Euro. Und du sagst? 20. 40 Euro, 19 Euro, 20 Euro. 6,99 Euro. Oha! Bam! Was? Ich habe analysiert. Warum ist das denn so günstig? Ich habe analysiert das Ding. Du meinst immer, Make-up ist voll teuer. Jetzt kostet das nur 6,99. Okay. Jetzt habe ich diese Palette hier. Die ist von Kat Von D. Okay. Das Ding ist, hier ist diese Verarbeitung krass. Ich brauche gar nicht reingucken. Embossing? Richtig. Wir wissen ja so ungefähr die Preise. Ist das vom Stil genau wie jetzt so? Das ist der Minuspunkt. Ah, okay. Größerer Spiegel. Okay, das heißt, das ist dasselbe Produkt. Nein, das ist von Couturing. Das ist nicht für die Stadt. So, das ist aber schwer, ne? Ne, ist das schwer. Okay. So, jetzt vom Dings her. Dann mache ich einmal den Matibergi Smart Modus und sage 40 Euro. Wie kann man den aufmachen? Bis ich damit recht habe irgendwann. Das ist die Kindersicherung oder was? Jetzt sage ich 1999. Warte, für was wird das nochmal benutzt? Contouring. Hier so. Contouring. Zum Beispiel. Irgendwas mit Konturen. Ich sage 15 Euro. Und du? Was du gesagt? 1999. 1999, 15 Euro und 40. 73,80 Euro. Wow. Aber guck mal, es ist doch dasselbe Produkt gefühlt. 73? 73 Euro. Punkt. Auf Amazon. Ja, nett. Dafür kriegt man auch ein Somnion Deck auf Ebay Klaranzeigen, oder? Ja, richtig. Oder bei uns auf somnionkarts.de. Alter. Ja, ist heftig, wie viel Geld man da rauskriegt, ne? Aber du musst das lossehen, Dennis. Überleg mal, wie viel wir jetzt hier in Blackpool ausgegeben haben für Decks und für Zauberei. Ja, aber damit nehmen wir in diesem Sinne ja auch wieder Geld ein, weil wir damit zaubern. Deshalb brauchst du aber Ende. Sag mal, dass du 50.000 Decks besitzt, du würdest durch Kartenmagie dasselbe einnehmen, auch wenn du 10 Decks hättest. Oder 100. Okay. So, ne? Weißt du, was ich meine? I know. Also ich verstehe schon den Punkt irgendwo. Was ist das? Das ist ein Augenbrauenstift von Benefit. Das Ding ist, wenn du Model bist und so und schminke, dann kannst du auch dein Geld mit. Ja, richtig. Von daher. Ich sag 4,99. 4,99 Euro. Das ist einfach nur 4 Dings, ne? Augenbrauen. Augenbrauen. Ich sag 7,99. Ich find's voll verrissen, solche gute Produkte. Ich glaub Benefit ist ne teure Marke. Gut, der Dennis macht halt den IQ 200 Modus und achtet nicht nur drauf, was ist das, sondern auch von wem ist das. Ja, das ist ja so. Ja, aber das Ding ist, ich kenn mich da halt überhaupt nicht aus. Ich auch nicht. Also Essence ist scheinbar ne günstige Marke. 20 Euro. 20 Euro, ich hab 97 gesagt. Ich hab 4,99. 27,50 Euro. Für einen so nen komischen Stift? Für so nen Fineliner? Ja. Das ist für die Augenbrauen. Du zahlst 27 Euro für deine Augenbrauen. Wie lange hält der? 7 Euro hab ich seit 2 Jahren, glaub ich. Wie lange hält der? Kann man die auffüllen? Nö. Wie? Auffüllen nicht machbar. Neukaufen. Weißt du was? Das Ding ist, du hast ja so viele verschiedene Dinge, du musst ja gefühlt jeden Monat eben ne Sache ersetzen. Du hast ja dauerhafte Kosten von ca. 50, 60 Euro gehört. True. Das ist ein Pinsel von Mac. Mac kenn ich. Ja. Dann würde ich sagen 29,99. Sieht hochwertig aus, oder? Mhm. 30 Euro. Okay, 30 Euro? 20 Euro. 20 Euro. 21 Euro. 21 Euro. 20 Euro. Krass. 30 Euro. 21 Euro. Dennis sagt jetzt so 70 Euro oder so. Oder 50 Euro. Ich denk halt gar nicht, dass es so teuer ist. 42 Euro. 30 Euro. 21 Euro. 42 Euro. 50 Euro. Was zum Teufel? Ich hab's mal jetzt einfach gesagt, aber ich hab nicht gedacht, dass es so teuer ist. Das heißt, diese paar Pinsel, die du in meinem Arm drin legst, die du immer sauber machst. Die sind super teuer. Die sind 500 Euro wert, oder was? 300 ca. Andere so. Elefone und dich kochen, wo ich so viele Kartenspiele. Ja. Auch Messi? Die beste Frauenwelt. Kras. Lipgloss von Inglot. Wie heißt die Marke? Inglot. Inglot. Warte. Das hast du glaub ich... Das ist glaub ich das... Ja. Aus Mailand. Richtig. Aus Mailand. Wo du meintest, ah Faria, kauf das immer aus Amerika oder sowas. Ja. Genau. Boah. Der hat locker Lipgloss. Also es gibt Lipgloss. 75 Euro würde ich sagen. Boah. 75? 75. Bestimmt. Der hat sie in Mailand gekriegt. Andererseits, du warst so happy, dass du jetzt günstig gekriegt hast. Ja, aber ich glaub Lipgloss ist nicht so teuer teuer. Und da ist natürlich jetzt nicht so viel... Also es ist nicht richtig Lipgloss. Also es ist ein Lippenstift, aber halt ähm... Ich hab gedacht, ihr versteht Lipgloss besser als... Ich glaub, diese MAC und sowas kosten schon 20,30 und die sind schon relativ teuer. Okay, wenn das Mailand ist oder irgendwie eine spezielle Marke. Aber die gibt's auch. Was sagst du drei? Ähm... Ich sage... 17 Euro. Hm? Sagst du? 35. 70? 17, 35. 17 Euro. What? Komplett overpowered. Das war IQ 300, Alter. Komplett overpowered. Der Heido. Essence Berry on Palette. Okay, es ist Essence. Also wie das erste... Vorhin, ja, aber das Ding ist, hier ist mehr Stuff, aber kein Spiegel. Mist, auf keinen Spiegel. 6,99. 9,99. Also Essence war dieses billige Ding, ne? Jo. Was hast du gesagt? 6,99. Ich sag 9,99. Ich sag 13 Euro. 6,99 Euro. Ich sag das gleiche wieder. Alter, was seid ihr für Mentalisten, Alter? Wieso, er hat's doch gesagt. Ja, ja, mein ich doch. Deswegen seid ihr ja ihr. Gerade du, Ernst, Alice. Jetzt muss ich aber auch so ne Punktladung machen hier mal. Lippenstift, beziehungsweise Lippenstift von Banana. Lippenstift, beziehungsweise Lippenstift. Äh, Lipgloss. Essence hat bei mir jetzt verkackt. Du würdest es niemals kaufen, ne? Weil du weißt, es ist günstig. Es ist schon 6,99, das reicht mir jetzt. Ähm, Banana. Aber ich dachte, es wäre eine Special Edition, deswegen dachte es ja teurer. Weißt du mal, Rosemary, Rosemary. 14,99 würde ich sagen. Das ist jetzt die gleiche Marke. Ne, ist eine andere. Ne, ist eine andere. Ach, Banana. Was ist für das, was ist so dieses... Lippen. Was hast du gesagt? 14,99. Ich... Somnium Shadow Standard Box. Ich sag 25 Euro. Okay, 14,99, 25. Dennis sagt so 3 und es passt einfach. 6 Euro. 24,99 Euro. Ey, ich wollte erst 25 sagen. Ich hab 25 Euro, das ist dir sicher, ne? Ich weiß, ja. Und du hast 24,99 gesagt? Ja. Du warst ein Cent daneben, Cent nicht halt. Doch, sehr gut. Komm klar. Heido. Krass, ey, ich sag schon, der Heil rasiert diese Challenge. Wimpertusche von Assis? Ja! Ja, das ist... Aber... Wimper war schon teuer. Wimper war teuer. Die hatte ich ihr mitgebracht. Die kostet... Die hab ich dir locker 10 mal bei dir angeholt. Ja. Das musst du halt doch wissen. Warte mal, was Martin zuerst sagt. Ne, das Ding ist, ich bin ja so reich, Dennis. Ich leg die Sachen aufs Band, leg meine Karte hin, fertig. Ich gucke nicht auf die Paisen. Endzone. Endzone. Paisen. Nein, ich glaub 4,99. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaub 4,99. Oder 3,99 irgendwie so. Ich sag 3,99. Ich sag 2,99. Ich sag 2,99. Ja, und ich sag 4,99. 2,79. So oft gekauft, ne? Ich hab's doch nie gesehen. Der Matimo ist los. Ja. Ich hab extra jetzt Bellis gesagt, weil ich es heute... Von Benefit. Oh, Benefit. Was war von Benefit? War auch 73 Uhr gemacht. Was ist das? Hoppla. So, für die Wangen auch so zum Contouring. Zum Beispiel auch. Was ist denn da drin? Zeig mal. Du, das wird dir nicht gefallen optisch, was da drin ist, Dennis. Dein Spiegelbild. Äh, äh, ich sage... Übrigens, ich hab die ganzen Preise von Amazon und ich verlinke sie euch immer mal unten. 29,99. Nein. Nein, 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 nein. 39,99. 29,99. Das sieht zwar hochwertig aus, aber ich glaub, weil da nur eins drin ist... Ja, das könnte deshalb günstiger sein, ja. Aber 29,99 sag ich. Das ist 29? Ja. Ich sag 25. Ich sag 20. Ich hab die Preise schon wieder vergessen. Es ist 40 Euro safe. Wollt ihr euch nochmal ändern? Nein, ich sag 20. Du sagst was? 29,99. Du? 20. Und du? 35. 36,94 Euro. Ich bin's, Tim, der Allerechte. Ich brauchst jetzt 20. 30,99 Euro. Ja. Lipgloss, ne? Ja. Wie viel hat der vorhin gekostet? Hat sich jeder von euch gemerkt, wie viel die Dinge gekostet haben? Der davor hat 17 gekostet, oder? Dann sag ich hier 22 Euro. Ich würd sagen 21,99. Stattdessen könnt ihr natürlich auch für denselben Preis. Du hast 21,99 gesagt? Warte. Warte. Eins, zwei, drei. Sehr cool. Ähm. 21,99. 19,99. Ich sag 14,99. 42 Euro. Ja, bei den YouTubern ist es immer ein bisschen kleiner auf Preis. Und in Dubai zahlst du immer das Einkaufssteuer. Aber ich meine, aber wartet Freunde. Ich meine, ich hab ihn günstiger gekauft. Aber auf Amazon hab ich den nur für 42 Euro gefunden. Aber ich meine, er hat 19,99 Euro gekostet. Aber wie gesagt, ich hab ihn nur für 42 Euro auf Amazon gefunden. Vielleicht weil die ausverkauft sind. Ja, richtig. Ja, die sind immer ausverkauft. Oder immer. Die meinten, die hat einen Store. Bro, wir machen jetzt ne Make-up from your market. Ja. Machen die... Some new Make-up Edition. Oder? Und alles ausverkauft. Wirklich der ganze Stadt ausverkauft. So, Franzi, ich hab keine Ahnung, wer gewonnen hat. Deshalb blende ich euch einfach mal hier ein. Falls ich gewonnen hab. Hai hat, glaub ich, gewonnen. Komm, Franzi. Nee. Ich hab Ansage gemacht. Ich will nicht so früh freuen. Haiiii. Mal gucken, wie oft Dennis richtig hatte, weil er hoch gemacht hat. Richtig. Es waren mindestens drei Stück schon allein. Ja. Du bist unsere Beauty. Ich hab keine Ahnung von Make-up. Ich hab einfach nur an Links geraten. Ja, nice. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich bedenke euch alle Kanäle unten. Und tschuuu. Bis zum nächsten Video. Daumen nach oben nicht vergessen. Genau. Daumen nach oben nicht vergessen. Und abonnieren den Kanal. Ciao. Plottwist die ganzen Sachen Mathematik. Dann schreibe mich auf Mal. Ge creier. Bis zum nächsten Mal.